Hi! Kommunikation zwischen Menschen ist schwierig, auch wenn manche das Gegenteil behaupten. Und noch viel schwieriger wird die Kommunikation, wenn sie zwischen Menschen wie AutistInnen und Nicht-AutistInnen stattfinden sollte. Und das erklärt auch, wieso viele von uns bunten Autismus- und ADAS-Brains Probleme haben im Alltag, weil wir vielleicht als arrogant und unempathisch wahrgenommen werden oder wir irgendwie ausgenutzt werden oder aus zu laut, zu direkt, zu ehrlich oder was auch immer bezeichnet werden. Und deshalb ist es super wichtig, die Theorie des Double Empathy Problems zu kennen, denn die erklärt wenigstens so einiges und sie eröffnet auch, wenn wir sie alle verstehen und kennen wollen, Möglichkeiten, wie wir uns alle besser verstehen können. Begründet wurde die Theorie des Double Empathy Problems vom autistischen Forscher David Milton im 2012. Und im Grunde geht es darum, dass man herausgefunden hat, dass autistische Menschen und nicht-autistische Menschen so unterschiedlich wahrnehmen und kommunizieren, dass wenn man miteinander versucht zu kommunizieren und sich gegenseitig nicht so gut versteht, selbst wenn man das möchte, also es ist nicht unbedingt böse Absicht dahinter, es liegt einfach in einer kompletten Differenz zugrunde. Und da gehören beide Seiten gleichermassen dazu. Aber Moment, sagst du jetzt vielleicht, warum wird an mir irgendwie immer die Schuld zugeschoben, wenn eine Kommunikation nicht funktioniert, wenn es Missverständnisse gibt oder wenn ein ganz normales Gespräch stattfindet und es dann nachher heisst, ich sei unfreundlich oder arrogant gewesen oder eben viel zu forsch und zu laut. Wo ist denn das Problem? Naja, das Problem liegt darin, dass halt wie immer von der realistischen, also nicht-autistischen Mehrheit über Jahrhunderte hinweg bestimmt wurde, was die Norm ist, was zum Beispiel Anstand ist im Bereich der Kommunikation. Ich habe gerade letztens auf LinkedIn einen Post gesehen, wo jemand ein Bild veröffentlicht hat, wo auf einem Schild drauf stand oder auf einem Teller, den man aufhängen konnte. So, du erkennst ein Arschl an der Kommunikation. Und da wurde mir klar, dass nur eine bestimmte Form nach wie vor von Kommunikation akzeptiert wird, also bestimmte Regeln gefolgt wird. Und da sind wir, artistischen Brains, Audioized Brain, halt nicht im Lager der Norm, was schrecklich ist. Also wird unsere Art zu kommunizieren als das Problem dargestellt, als die Hürde. Also wir müssen uns ändern und wir sind die Unanständigen quasi in diesem ganzen Spiel. Das läuft sehr oft bei den realistischen, nicht-autistischen Menschen völlig unbewusst ab. Das ist ein Programm und das soll natürlich nicht so sein. Und darum gibt es auch das Video, nebst vielen anderen. Ich möchte noch betonen, das ist ein YouTube-Video. Das ist keine wissenschaftliche Abhandlung. Ich spreche sehr vereinfachend und manchmal vielleicht auch ein bisschen verallgemeinend. Natürlich gilt nicht alles für jede Person. Aber warum ist denn das so? Nebst dem, dass es zur Norm gemacht wird, aber warum, selbst wenn wir schon so viel besser Bescheid wissen über unterschiedliche Brains, Neurodiversität, ist das so, dass autistische Menschen im Nachteil sind, wenn es um Verhandlungen geht, um Bewerbungsgespräche, um zwischenmenschliche Beziehungen, was auch immer. Ein sehr wichtiger Teil dieser ganzen Geschichte, eine wichtige Erklärung ist meiner Meinung nach das sogenannte Thin-Slice-Judgment. Das bedeutet, dass nicht-autistische Menschen in der kürzesten Zeit autistische Menschen negativer bewerten als ihre nicht-autistischen Peers. Da wurden so Experimente gemacht, in denen man Videos gezeigt hat von autistischen oder nicht-autistischen Menschen, ganz kurze Videos. Und da hat sich einfach gezeigt, dass das Urteil durchs Band für die autistischen Menschen schlechter ausfiel. Wenn man jetzt den Leuten nur die Texte hingelegt hat von dem, was die autistischen Menschen erzählt haben, dann kam dieses negative Urteil nicht. Das bedeutet jetzt spannenderweise, dass es nicht am Inhalt liegt, sondern an der Art und Weise, an der Delivery, wie etwas gesagt wird von den autistischen Menschen. Und Thin-Slice heisst es auch, weil dieses Urteil in Sekunden gefällt wird. Das heisst, man hat als autistischer Mensch gar keine Chance mehr, aus diesem negativen Urteil vom Gegenüber etwas Gutes zu machen. Und wenn man das auf den Alltag jetzt überträgt, ist das natürlich sehr, sehr, sehr schlimm. Denn das bedeutet auch, dass dieses schnelle Urteil auch in Bewerbungsgesprächen fällt oder wenn es um Freundschaften geht, in Verhandlungen, wo auch immer. Ich möchte aber nochmals betonen, dass das keine böse Absicht ist, sondern das passiert unbewusst, in einer Art Sekunden. Das heisst aber nicht, dass man das nicht ändern kann, indem man dieses Wissen zu dieser Theorie verbreitet und indem alle Beteiligten versuchen, aufeinander zuzugehen. Mehr dazu nachher gleich. Fakt ist, wir sprechen zwei unterschiedliche Sprachen, aber es ist eben halt nicht immer nur ein unschuldiges Missverständnis. Die autistische Audioskommunikation, die kann auch von nicht-autistischen Menschen zu ihren Zwecken ausgenutzt werden. Nicht etwa, weil sie wissen, dass jemand autistisch ist, sondern weil sie halt spüren, da ist was anders, weil sie sehen, diese Menschen sind oft sehr offen und ehrlich. Dann kann man natürlich dieses Verhalten auch zu den eigenen Vorteilen ausnutzen. Ich persönlich habe zum Beispiel erlebt, dass in einer der Arbeitsstellen ein ganz nettes Exemplar der Menschen sehr oft meine Ideen geklaut hat, also als die eigenen verkauft hat, weil ich super offen war immer, wenn wir uns ausgetauscht haben, weil ich auch begeistert war und ich gerne helfe. Und dann wurde meine Naivität, ich möchte es eigentlich nicht so nennen, mein Glaube an die Menschen zu eigenen Zwecken ausgenutzt. Und natürlich war es für mich auch schwer, damals für mich einzustehen. Heute würde ich es ein bisschen anders machen. Das nennt sich im Englischen, also dieses Ausnutzen oder dieses gegen andere Verwenden, nennt sich auch Weaponizing. Aber es gibt irgendwie kein gutes Wort für mich auf Deutsch. Und ja, wie gesagt, wir müssten eigentlich alle aufeinander zugehen. Doch insgesamt machen im Moment, vor allem wir bunten, ADAS und Autismus-Brains die Arbeit. Wir haben uns schon sehr früh diese Fremdsprache angeeignet und das wurde für sehr viele von uns zum Teil des Maskings, also uns immer einzustellen auf die allistische, nicht-autistische Kommunikation. Ja, nicht irgendwie unsere Seiten zu zeigen, das hat sich völlig in uns, vielen von uns, verwurzelt. Aber das kostet Kraft und das kann im schlimmsten Falle zu Burnout und Meltdowns führen, weil es ist eine Sprache, die wir wahrscheinlich nie intuitiv beherrschen werden. Wie oft habe ich erlebt, dass ich eben als zu aggressiv bezeichnet wurde oder unfreundlich, wenn ich einfach eine normale Aussage machte. Und wie oft bin ich fast verzweifelt, weil gewisse Menschen sich von mir abgewendet haben und ich hatte keine Ahnung, weshalb. Man kriegt im Arbeitsalltag nicht die gleiche Anerkennung und es fühlt sich ein bisschen an, als müsste man kämpfen, überhaupt sich entfalten zu können. Und manche Menschen finden nicht mal den Zugang zum Arbeitsmarkt, weil diese Kommunikation überhaupt nicht funktioniert und weil so viele Hürden da sind. Das sind jetzt einfach einige Beispiele. Man könnte stundenlang jetzt über die Folgen und Auswirkungen sprechen. Aber was machen wir jetzt mit dieser ganzen Situation? Spannend ist ja, dass man gesehen hat, dass untereinander, also wenn artistische Menschen untereinander sind und allistische Menschen untereinander, dass da ein besseres Verständnis herrscht. Natürlich will ich jetzt damit nicht sagen, dass wir uns voneinander abschotten sollen, aber für mich heisst das, dass wir, artistischen Audio-Espirants, uns ein Safe Space auch suchen dürfen, wo wir nicht diese Übersetzungsarbeit ständig machen müssen. Denn das gibt uns wiederum mehr Energie, um im Alltag zurechtzukommen, wenn wir uns anpassen müssen. Und dasselbe könnte man natürlich theoretisch auch sagen über die nicht-autistische Gruppe. Aber da ist einfach im Moment weniger Arbeit und das muss man halt realistisch sehen. Also ein Safe Space suchen und ich bin wirklich der Meinung, dass das Verbreiten dieses Konzepts, das Aufklären und Awareness Raisen ganz, ganz viel bringen kann. Denn nur schon für mich war das so eine krasse Erkenntnis, dieses Konzept zu kennen, weil ich jetzt weiss, ah, ich bin nicht das Problem, das ist ein Ding. Und das macht es für uns wahrscheinlich auch ein bisschen einfacher, für viele von uns, das zu akzeptieren. Eine andere Lösung ist natürlich auch, dass wir dann auf einer Meta-Ebene mit anderen auch kommunizieren können, wie wir kommunizieren und erklären können, hey, wenn ich dir nicht in die Augen schaue zum Beispiel, dann ist das nicht böse gemeint, sondern ich kann mich dann besser konzentrieren oder ich finde halt Augenkontakt super unangenehm. Generell möchte ich hier eine ganz coole und eigentlich überhaupt nicht schwere Strategie empfehlen und zwar wirklich allen, also bunten Brains, weniger bunten Brains. Und das ist es, Fragen zu stellen, statt Annahmen zu treffen oder Urteile zu fällen. Ich weiss, viele Urteile, wie gesagt, fallen sehr unbewusst, aber wir können uns dem bewusster werden, wenn wir eben die Konzepte kennen. Und wenn wir ein komisches, negatives Gefühl bekommen oder das Gefühl haben, irgendwas stimmt jetzt da nicht in der Kommunikation, Nachfragen, Zauberworte nutzen wie, wie meinst du das? Kannst du mir das nochmals erklären? Ich habe das nicht ganz verstanden. Und zwar nicht auf eine manipulative Art und Weise, sondern wirklich ehrlich sein, wenn man das Gefühl hat, etwas nicht richtig verstanden zu haben. Denn sehr häufig haben die Urteile über andere wirklich mehr mit uns zu tun, als mit der anderen Person. Und ich bin da nicht unschuldig, ich mache das genauso. Aber ich versuche seit Jahren schon, das zu praktizieren und lieber einmal mehr nachzufragen, als einmal zu wenig. Und das gilt nicht nur für komische Gefühle in Gesprächen oder wenn man irgendwie verletzt wird und das Gefühl hat, die andere Person meint das vielleicht nicht so, sondern das gilt auch für Meetings. Nochmals zurückzuspiegeln, was man verstanden hat oder nochmals zu fragen, wie hast du das jetzt genau gemeint? Was sind jetzt deine Erwartungen? Also Leute, stellt Fragen. Und das gilt wirklich für alle. Und das kann so viel bewirken. Und was auch sehr viel bewirkt, ist, wenn die Welt sich öffnet, allen Kommunikationsstilien. Also Neurodiversität und Diversität lebt. Und das können wir natürlich, je nach Machtstellung oder nach Privileg, nur marginal beeinflussen. Aber das ist auch ein bisschen ein Appell an die nicht-autistische Welt. Es braucht Platz für alle. Und wenn wir interessiert sind aneinander, dann können wir auch mit unseren Empathiebarrieren uns irgendwo finden. Denn es funktioniert ja zwischendurch. Es ist ja nicht so, dass wir durch die Welt laufen und uns gar nie verstehen. Insofern brauchen wir aber auch einen Schritt aus der neuronormativen, nicht-autistischen Welt, sich mit unserer Kommunikation zu befassen. Und das braucht auch Menschen, die diese Message in Unternehmen reintragen, die darauf achten, dass alle zu Wort kommen und dass man sich gegenseitig versteht. Das wäre super, super schön, denn man stelle sich eine Welt vor, wo alle zu Wort kommen oder ihre Sachen hinschreiben können, wo das ganze Potenzial genutzt werden kann, wo alle Ideen gehört werden und man sich gegenseitig Platz lässt. Was man da erreichen könnte, ich weiß, ich bin eine Idealistin, aber für mich ist es eben kein Kuchen, der kleiner wird, wenn man mehr Leute irgendwo reinlässt, sondern er wird grösser und er wird bunter. Und was auch bunt ist und was helfen könnte, von wegen Safe Space, den ich vorher irgendwo mal erwähnt habe, ich habe eine Community, Bunte Brains Unite, für einen nicht so grossen Beitrag im Monat. Kannst du dich in einen Safe Space begeben, deine Ziele erreichen, Accountability finden, dich über Tools austauschen und so weiter, check doch den Link in der Beschreibung. Ja, das wäre es mal für heute zum Thema Double Empathy Problem. Natürlich habe ich niemals alles erzählt und ich werde noch ein paar Videos wahrscheinlich dazu machen, auch noch mehr aus meiner Sicht, wie ich das so erlebt habe oder mal ein Detail aus der ganzen Theorie. Sag doch Bescheid, ob dich das interessiert und ob du konkrete Fragen hast. Und wenn du mich und meinen Content gerne unterstützen möchtest, dann schenk mir auch ein Like und ein Abo. Und wenn du möchtest, kannst du auch eine Mitgliedschaft bei mir machen auf YouTube. Es ist eigentlich so ein bisschen ein Luxus-Trinkgeld, aber du hast einen Badge, der angezeigt wird, deine Kommentare werden hervorgehoben und wenn du in der zweiten Stufe bist der Mitgliedschaft, dann kannst du auch Umfragen von mir beantworten und mitbestimmen, was für Themen das so kommen. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Und damit bewirkst du auch, dass ich mehr Zeit habe, um mich um den Content zu kümmern und mehr recherchieren kann. Das wäre natürlich hammer, hammer cool. Aber wofür du dich auch immer entscheidest oder wie du auch immer mich unterstützt hier, Ich bin dankbar, dass du hier bist und reingeschaut hast. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss!